Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Wir befinden uns hier ja gerade in diesem komischen Albtraum oder so von Max und haben uns hier ja schon ein bisschen umgesehen letztes Mal im Klassenzimmer, aber ich glaube wir haben noch nicht alles gesehen. Okay, das ist der Leuchtturm, wie er schon, glaube ich, im Sturm ist. Und das ist hier. Okay, das ist das, wo wir Rachel scheinbar finden, aber es sieht doch irgendwie... weil da sieht so aus, als würden wir sie mitten im Wald finden und nicht auf dem Schrottplatz. Naja, seltsam. Ich glaube, sonst hatten wir uns hier im Raum ja schon alles angeguckt letztes Mal. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen, weil ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich bin erstens ziemlich krank und zweitens immer noch voll im Stress. Okay, aber ja, wir müssen schauen, dass wir das jetzt noch ein bisschen durchziehen. Mal sehen Sie, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Ich wollte nur wissen, ob du den Rest des Lebens in meine Darkroom. Lol. Oh Mann, das ist alles so. Also, das würden wir niemals sagen. My selfies are shit. Thanks for killing Chloe. Aua, Darkroom. Ja, das ist jetzt wie inzwischen Pest und Cholera. Ähm. Ja, das ist so pervers. We are going to be so happy together in the dark. Just make sure you stay pure. I won't like it if you get dirty like Rachel or Chloe. Okay. Oh, ist der ekelig. This can't be real. I don't believe it. So, jetzt können wir jetzt vielleicht raus. Da hinten sitzt Kate. Okay. Das ist nicht cool. Irgendwas angucken von dem ganzen Zeug. Das hier, da ist auch nichts auf den Schildern drauf. Hier ist allgemein irgendwie nicht wirklich was, ne? Bathrooms. Äh, wir reden gar nicht mit der. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da liegt ein toter Wal auf dem Dach. Ja gut. Ähm. Okay, hier ist scheinbar nichts. Ach, sie steht vor ihrem eigenen Todesbild. Okay. Will bang Jesus. Okay. Hey Kate. Max, warum hast du mich von zuhören? Welcher Freund bist du? Du hast mich nie entstanden. Oder was mit mir passiert. Jetzt wird meine Familie niemals alleine verlassen. Und das bedeutet, dass ich immer alleine sein werde. Thanks to you. Kate, that's not true. I've always been your friend. Moment. Okay. Ah! Ja, nee. Ähm. Hinterher. Okay. Ach, jetzt können wir auch was angucken. Okay. Okay. Dann haben wir da. Max Coffey, Dana Ward, Stella Hill. Taylor Christenden, Judith Watson, Kate Marsh. Victoria Chase, Brooke Scott. Okay. Äh. Ach, jetzt kann man in alle Türen rein. Okay. Ich schaue mich aber erstmal noch um hier. Ah, da liegt ein Key. In welchem Zimmer? In welchem Zimmer? 218? Jo, 218. Wem gehört denn Zimmer 218? Neb. 218 ist Dana Ward. Okay, soll das heißen, dass wir jetzt da durch müssen? Ich schaue erstmal, ob hier noch was anderes ist. Hier stehen jetzt überall Kerzen. Auch hier ist noch das Bild von Kate auf dem Flur. Das ist voll der seltsame Albtraum. Egal, 218. Das ist 219, das müsste 100 Zimmer dann sein, ne? Glaube ich. Ähm. 218. Gehen wir da doch mal durch. Hey, wir haben was anderes an. Ach, jetzt liegen hier überall die Rachel Ember Dinger rum. Okay. Hier auch wieder ein Schlüssel? Ne. Okay. Dann ist da, das hier sieht quasi so aus wie die Rachel Realität, in der wir so ein bisschen, äh, so ein bisschen, ja, unsere Angst davor, glaube ich, gerade haben, dass Rachel uns bei Chloe ersetzt hat, oder so. Ah, guck mal, jetzt steht da unten Rachel Ember. Das sind ganz andere Namen, ne? Tara Garcia. Ja, Dana Ward ist immer noch da. Kelly Davis, Rachel Ember. Hedley Wright. Lila Lee. Victoria Chase und Brooke Scott. Rachel Ember. Dann gehen wir jetzt durch ihre Tür, oder so. Ich glaube, ja, ne? Ach, hier direkt. Okay. Was sind wir jetzt? Victoria? Fuck yourself, Rachel is a whore. You suck, Victoria. Ach, jetzt ist hier alles so angegraffitied. Ach, das ist Victorias Angst quasi, dass sie nicht akzeptiert wird von den anderen oder so? Na, gucken wir mal. Dann müssen wir hier bestimmt durch Victorias Tür, oder wie sieht das aus? Taylor, Kristen, Jill, Watson, Kate, Marsh, Victoria, Chase, Max, Coffee, das sind wieder die alten Namen. Dann gehen wir doch mal durch Victoria Chase. 221. 221. Gehen wir da doch mal durch. Jetzt sind wir wieder Max. Gehen wir jetzt durch unsere Tür. Max, Coffee, 219. Die anderen Namen sind alle so geblieben. Ja, aber jetzt hängen hier überall unsere Fotos. Dies? Oh. Riesensquirrels. Wow. Gut. Äh, 219 war das, ne? Ist da aus dem Fenster vielleicht auch noch was? Ich guck grad einfach mal, äh, durch. Aber, sieht nicht so aus. Hier liegt doch grad kein toter Wal mehr. Äh, 219. Wo sind wir jetzt? Alles rückwärts. Alles rückwärts. Alles rückwärts. Ist das jetzt selbst die Musik rückwärts? Hört sich so an, ne? Ja gut. Können wir irgendwas machen? Stehen selbst die Namen, alle. Okay, das bringt uns jetzt nicht so viel, wenn wir mit denen reden. Wir verstehen's ja eh nicht. Ein bisschen Carson-Fuster. Okay, das ist, äh, seltsam. Nicht, dass wir das nicht sehen. Ich möchte das auch in dieser komischen Realität gerne verhindern, dass die die ärgern. Wo müssen wir denn hier jetzt? Ah, da ist Leute. Oh, Rachel. Okay. Es ist grad ein bisschen lustig, dass das Drama-Club-Schild direkt neben dem Klo hängt, wo Chloe erschossen wird. Naja, gehen wir mal rein und schauen was passiert. Glaub ich. Oh Gott, wo sind wir jetzt denn? Nee, will ich nicht. Warte mal, dann kommt der Hero. Ja, Teto, move faster, okay. Oh Gott, kommt da noch einer? Ach du Scheiße. Oh Gott, bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Ich muss irgendwie hier um oder so, ne? Man kann hier irgendwie nicht so gut um die Ecke gucken, das ist ein bisschen blöd. Okay, wir warten mal gerade, bis der hier wieder weg ist, glaube ich. Ich würde da gerade gerne um die Ecke gucken. Da geht er weg. Gehen wir hier mal lang? Vielleicht? Okay, ich habe erkannt. Ah, okay, jetzt geht er hier rum. Oh, da ist schon wieder einer. Wo kommt der lang? Okay, der geht da lang. Jetzt muss ich gerade einmal beobachten, wo der lang geht. Jetzt drückt er sich da wahrscheinlich einfach wieder um. Ah, okay, und jetzt geht er wieder da hoch. Wie viele sind denn da noch? Ei, ei, ei. Dammit, Max! Wake up! Würde ich gerne. Dann müssen wir jetzt gleich ganz schnell hinter dem Herr. Komm hier nicht hin, komm hier nicht hin. Nein, 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 nein. Ich dachte, ich könnte dein Professor sein. Jetzt muss man es aber beeilen hier, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so. Huch! Jetzt rewinden. Was hat uns denn jetzt gerade gesehen? Okay, hier vielleicht. Wir müssen ja irgendwie zu dem... Jetzt sieht er uns wieder, ne? Ja. Wir müssen ja irgendwie zu diesem... Okay, jetzt werden wir zurückgeportet. Äh, jetzt muss ich mal gerade schauen. Gut, ich glaube, die da hinten sehen uns jetzt nicht. Jetzt müssen wir irgendwie zu diesem... ...Lighthouse da. Das sind aber auch zwei Lichter, die sich hier drinnen. Jetzt verstecken wir uns hier hinter Kate. Wir müssen jetzt halt irgendwie zu dem anderen da rüberkommen. So. Miss Caulfield? Ah. Ne, das war du. Äh, zurück. Ja, Max. Du kannst auch Zeit manipulieren. Okay. So, mein Rewind-Power funktioniert hier. Ich kann es, wenn ich mich aufmerksam bin. Hallo, Max. Max. Ja, ha. Wetter, ich bekomme mein Drink auf. Ich weiß nicht, wo lang ich gerade genau soll. Weil wir schaffen es jetzt immer nicht, eins weiter zu kommen. Max Caulfield, please come to the Darkroom immediately. Ich sage mal, Max Caulfield will ja nicht. Ja, wo wollen wir doch jetzt einfach? Ja, das ist gerade ein bisschen anstrengend hier. Äh. Weil sonst können wir ja... Wir können ja auch nicht näher an den dran. Wo geht das, wenn wir uns einfach hier durch die Mitte gehen? Weil das Licht sieht uns ja nicht. Okay. Okay, das Licht leuchtet da zwar nicht hin. Aber es sieht uns trotzdem gut. Dann gehen wir halt mal wieder. Ja, Max. Du kannst auch Zeit manipulieren. Okay. So, mein Rewind-Power ist doch nichts anderes, um sich dahinter zu vorstellen. Ich kann es, wenn ich mich aufmerksam bin. Ich versuche, Max Caulfield, geht nach dem Darkroom. Ich versuche, Max Caulfield, geht nach dem Darkroom. Ich versuche, Max Caulfield, geht nach dem Darkroom. So. Jetzt sind wir hier. Und wir schaffen es immer nicht bis zu dem nächsten Darkroom. Das ist doof. Glaube ich. Doch. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Wie weit sehen uns diese Lichter? Und da hinten sind wieder Jeffersons. Das ist auch kacke. Ich gehe jetzt einfach mal hoffentlich schnell hier lang. Okay. Hier sieht uns keiner. Da kommt wieder ein Jefferson um die Ecke. Wo geht er denn lang? Sieht so aus, als wären wir hier vorne gerade safe, ne? Ich gehe mal hier hin. Ach, das ist Warren. Das ist bezoffener Warren. Wo wollen wir denn hin? Ich gehe mal ein Stück zurück. Wo ist der denn? Hat er, okay. Hier rein vielleicht? Nein, da kommt doch auch schon wieder einer. Nee. Geht er dann runter? Ah! Die will lang vielleicht? Da hinter mir war doch auch schon wieder irgendwer. Äh. ich versuche mich mal hinter ihm lang zu ok dann gehen wir jetzt mal hier richtung schrattplatz möchte ich auch nicht unbedingt sein? na gut ok wo guckt der? wir müssen jetzt nicht hier diese flaschen einsammeln oder? if only you could have seen my blood spattered angel boah ist der ekelig lass mich hier bitte schnell ja gut haben wir die bottle trotzdem ok dann müssen wir vielleicht hier hinter ihm lang oder so versuch das einfach mal hier lang vielleicht ja komm mund zu das ist so eklig hier ne da kommt einer aber der dreht sich ja gleich um ne hm oh da ist wieder eine bottle wie viele brauchten wir da vorne in dem äh ja was heißt im richtigen spiel aber in der echten szene wie viele brauchten wir denn da vier oder fünf wir gehen mal hier um die ecke und dann höher geht er jetzt schleißen wir mal hier so hinter ihm her die pictures hab ich das gerade richtig verstanden? ja da ist die letzte ne lass noch ah da ist da ist noch ne das stimmt dann hab ich ihm sogar recht bad bottle karma bad bottle karma okay ich geh mal schnell hier oh da ist die letzte bottle äh wo kommt er denn lang kommt er hier ganz rum geht er ganz um das auto rum oder dreht er da hinten einfach rum ne der geht hier ganz rum ok dann können wir jetzt so lalalalala bottle oh gott ich weiß gar nicht mehr wo ich noch lang soll ah nalalalala jetzt einfach mal hier durch da ist die bottle das die bottle ok ich sitte mal kurz oh gott ist das gruselig Ja, das stimmt. Kurz mal durchatmen ist vielleicht nicht verkehrt, auch wenn du mal trinkst. Eventuell ist das der Fall. Das ist doch mal ne Ansage. Okay, ähm... Ah, hier, guck mal, das haben wir gar nicht, ähm, gesehen, als wir Rachel gefunden haben. Vorher stand ja hier, Chloe war hier, Rachel war hier und Max war hier. Das haben wir ja noch dahingeschrieben, welche da Rachel ist hier, weil die Leiche ja noch da ist. Äh, wir sollen zum Lighthouse, ne? Äh, ich muss mal gerade schauen. Ist hier irgendwer? Da geht Frank lang, okay. Dann könnten wir doch jetzt theoretisch gesehen einfach so. Hier lang, hoffe ich. Ha, Speicherpunkt. Das ist gut. Da ist die Bench. Dann setzen wir uns da doch mal hin. Und ich würde sagen, dann, Gesundheit Vogel, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Life is Strange. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!